Und damit herzlich willkommen zu verrückten Game of Unity und zu Trouble in Terrorist Town, ruhig! Was? Ich bin nicht alleine mit mir zusammen. Hau ab! Sind das ganz kompetente Team, Stevie, Schwester Atta, Oberärztin Ruby, der Leichenbestatter Flyg, der Kunde von Flyg, Bleddick, der Bodenverbrenner, das Munchkin, Nienchen, die Unterschwester, und Lappika, Lapparai, Lappo. Ja, und wir sind auf der Map, Dat-Map, ja, gut, dann hau ich mal kurz ab, weil ich ganz viele sind, lass mich mal durch, Nienchen, lauf doch nicht hinterher, wenn ich den Map freigegeben will. Oh. Jetzt bin ich in Sicherheit. Was ich glaube nicht. Du hast freigegeben? Ja, hat er. Wow! Wow! Das war knapp. So, ich mach mal die Tür zu, damit die Flügel eben nicht reinkommen. Oh Gott! Alter, verweilter, warte, warte, hier, springen wir nicht drüber. Ich glaube, Nienchen ist es und Munchkin. Danke. Klar, ich stand ja auch gerade nur 5 Meter vom Flügel. Ja, Rubi ist das. Ja, Rubi. Das sag ich mir ja nur, dass du es genau berechnen kannst, wie beim Deck du maximal stehen kannst. Ich bin in den Popo geschlossen, jetzt hast du ein zweites Loch. Wie geht's? Rubi, lass mich in Ruhe. Hier ist jemand tot in diesem dunklen Raum. Hey, irgendjemand hat einen Mel-Launcher auf mich gefeuert. Wer? Wo? Wer? In welchem dunklen Raum? Lapaik? Komm her, du! Lapaik? Ich komm da glaube ich nicht ran. Lapaik, du ist, nein! Ne, ich komm da nicht ran. Oh, okay. Da liegen zwei, ja. Dete und... Dete. Flaik, bist du noch da? Nein, es sind beide Detes, die da liegen. Das heißt, wir haben auch keine Chance, die wiederzuholen. Weiß ich noch nicht. Aber dann ist das Flaik und... Stevie. Gibt es zwei Detes, wahr? Ja, Flaik und Stevie sind tot. Was sind denn beide hier tot? Atta, ist es... Idiot! Warte! Doch, hundertprozentig, du hast gerade den Catcrap-Launcher gestartet. Nein? Ja. Okay... Oh Gott, was ist hier passiert? Oh Gott, ich krieg Kopfschmerzen von dem Raum. Der liegt hier. Warum sind überall Tote, wo du längst gehst? Ich weiß auch nicht. Manche geht es vor. Sie findet die... Das ist sehr, sehr verdächtig. Und ich glaube, Sponti ist mit Atta. Entschuldig, warum kommt man nicht von dieser blöden Leiter? Ja, ich hab's auch noch nicht kapiert. Alter. Ich hab so ne Angst gerade. Sag mal, Sponti, bist du auch Tee? Versuch das mit E. Nein. Oh Gott. Lapa! Oh, okay. Ich mach die Tür wieder zu. Lapa hat nach mir geschossen. Komm her. Okay, dann sind's Atta und Lapo. Ah! Lebt er dir! Wer weg? Lebst du noch? Ruby? Hm? Clyde? Hallo? Ah! Wah! Alle Headcrabs, den will ich nicht hin. Werden die da hingeschossen. Ich war's nicht, Atta. Ich auch nicht. Glaube ich. Nein! Nein! Nicht! Pfff! 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 Ich muss da doch die Spannung ein bisschen anheben vor unserem Duell. Segelmäe und Späne hebt höchstens an! Pfff! 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 Okay, ich glaub hier bin ich relativ safe. Nur eine Öffnung in dem Raum. Chris! Chris! Was? Wie Chris? Chris spielt doch gar nicht mit. Chris spielt doch gar nicht mit. Ich darf doch gar nicht mehr reden. Ja, es ist ja leider her. Hey, wake up! Alter, kämpfer! Pledek, wo bist du denn? Wer pingt mich denn hier an? Pledek, bist du noch neben? Mitten in der Aufnahme, das geht nicht. Ach, sorry! Ich bin da, wo du mich nicht finden kannst, Atta. Wie viel Zeit haben wir denn? Ja, ich suche dich, weil du Traitor bist. Nee, nee, du bist der Traitor. Alter, du brauchst mir nicht sagen, dass ich Traitor bin, wenn wir nur noch zu zweit sind. Hm. Ach, du Sau! Oh! Lacker! Wie, ganz ehrlich, ich schrei noch. Sorry! Ruf dir mal Chris anstatt, dass sie schreibt oder so. Sorry! Das Kompetenzdetektiv-Team ist übrigens in Anmodi freiwillig in den Tod gelaufen. Ja, ihr seid auch ein paar Hornochsen. Ich betone freiwillig. Ja, ich versuchte da lang zu hüpfen und voll runter, vielleicht danach auch noch. Nein! Ich wusste nicht, dass man da lang hüpfen muss, weißt du. Ich bin einfach mal lang gelaufen. Einfach mal geraden Auge, ist einfach mal in den Tod. Ach, ja. Warum sollte ich mich muten? Ja. Beide! Wer hat denn Anmodi? Ihr seid die Helden? Ja, aber die Heldverscheine. Ist zu pissen, ein Blattdick. Warum? Ich hab nur die TS zur Hälfte offen. Ich hab nur Chris gelesen und dachte, Chris Gold ist am tippen und mutet sich dabei nicht. Ich bin so... Ich bin so, so fucking sorry. Ey! Ey, aber ich hab Lanto so oft angesagt und keiner geht drauf, ey. Irgendeiner hat auf mich geschossen. Dete, bitte heil mich. Ich hab Stevie umgelegt. Ach, Stevie Watchreiter, okay. Ja, ich war dabei. Wir haben beide auf Stevie geschossen und wir sind beide proven. Oh! Oh, Entschuldigung! Aber danke schön. Darf ich vorbei? Geh doch. Geht nicht. Einer muss mal Atta heilen. Ich hab geschossen, weil ich mich umgedreht hab. Kannst du mich bitte heilen, Nidchen? Ich pack auch meine Waffe weg. Na hier, Koma. Warte. Dann sei Sponti weg. Ich hab Außersehen auf ihn geschossen. Ja, Sponti, hau ab. Was ist denn mit der Leiter verkehrt? Ey. Hau ganz weit ab. Warum haut ihr euch gegenseitig? Ich bin proven. Warum Sponti wounded? Ja. Lappo und Lappo sind safe. Weil Atta und ich uns duelliert haben. Weil mich umgedreht hab und erschrocken hab, weil er da war. Schwierig. Lappo ist... Lappo? Ravka? Äh, ich muss kurz... Ja. Ich bin safe, aber ich muss auch kurz bei Twitch schreiben. 100%ig sicher bin ich da nicht. Nein! Ich bewege mich nicht. Ladek, ich hab dich irgendwie im Verdacht. Ich bin safe! Ich hab... ...gekillt! Er hat einen Traitor gemacht. Und Ruby hat ihn sogar geheilt dafür. Das muss nichts heißen. Ähm, warum... Äh, Traitor? ...kollege töten und Ding. Steve, wir werden nicht als Traitor machen lassen. Warum ist der nicht mehr Traitor? Äh, Lappo ist tot. Okay. Durch die Trencher Beam. Hä? Irgendwas ist hier kaputt. Doch, ja, Stevie wird nicht markiert als Traitor, aber wenn du draufkriegst ist er T. Okay. Okay. Irgendwie... Haben wir hier... Alapo lebt wieder? Ja. Gesehen haben, wird er nix. Hier ist Blut. Ja, das hab ich eben schon gesehen. Da haben sich Atta und Sponti geprügelt mit den Grovers. Ah. Was hab ich gemacht? Ne glatte Lüge. Was? Sponti hat die Atta in den Popo geschossen. Wie, und dich hat das nicht gefreut? Äh, Headcrap Launcher. Irgendwo. Der kann ja nur draußen sein. Sponti? Ja, hier ist so vieles draußen, Kollege Schneeschub. Sponti ist tot. Sponti ist tot. Ja, das hatten wir ja schon festgehalten. Den hab ich direkt am Anfang gekillt. Direkt da liegt Sponti. Äh, lass mich schnell zur Leiche jetzt. Schnell zur Leiche. Kommt drauf an. Ah! Da hinten, da hinten, da hinten. Ich wusste es. Leck. Oh Gott, so viele Leute hier. Sponti ist gerade mal seit einer Minute tot. Au. Hey. Das könnte reichen, zeitlich gesehen. Alter. Hier ist nur noch nö. Hier ist nur noch nötig, Mann. Hier so richtig dreckig. Oh, Mann. Das war noch so richtig dämlich. Du schießt auf den Dete. Warum sagst du, warum schießt du? Ich muss, da muss ich, da muss ich ganz schnell die Ruby saven. Da springe ich ein. Okay. Das liegt von dir. Ich schieße Sponti. Die Super Bleddage kommt geflogen. Ich bin angeschossen. Ich laufe genau hinter ihm. Es ist keiner da. Oh, schuldigung, schuldigung. Aber ich wusste ja nicht, aus welcher Richtung du gekommen bist. Wenn du aus einer anderen Richtung gekommen wärst, wärst du Inno und dann tot gewesen. Ich konnte dich ja nicht beweisen. Ich hab dich ja nicht gesehen. Von hinten angeschossen. Ja, aber von hinten hätte ja auch noch jemand anders kommen können. Da gibt's ja zwei Wege in den Raum. Ich war ja nur ich da. Ja, ich wollte dich ja nur, weißt du, einmal bin ich lieb zu dir und das merkst du. Alter, hab ich denn den Traitor geheilt bei Sponti? Ja, ja. Sponti, ey. Dir war ich auch nicht mehr zu. Aber das geilste ist, ich hab mich von hinten angeschossen. Der Dicke. Vielleicht. Äh, vielleicht. Oh, Gott. Ich krieg die Namen nicht mehr auf der Weih. Jetzt hab ich Angst. Jetzt hat er ne Shotgun. Was? Ich glaub, irgendwie sowas wie ne U-Bahn-Station soll da sein oder was. Oder. Straßenbahn. Äh, doch. Interessant. Aber ich find's gut, dass du keine Waffe hast. Eigentlich. Willst du die haben? Die MPW. Habt ihr auch keine Lacks? Äh, ne, ne. Ne. Nö. Ich hab auch stabile FPS eigentlich. Ist auch nicht so viel wie sonst, aber. Ja, willst du die haben? Eine Schmuckgranate? Was hab ich denn? Ich hab 60. Alles gut, Atta. Alles gut. Ah, die Wiesböse. Der hat mir meine Pupsgranate weggegeben. Äh, hier ist gerade einer gestorben. Ja. Und Platic ist auch noch weiter. Nein, Atta ist. So. Oh, ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Äh, sorry. Hä? Die sind beide nicht gewesen. Ja, dann Platic. Ach, hier liegen ja genug Waffen. Das ist ja cool. Ist Platic? Ja, guck. Platic ist auf jeden Fall höchstverdächtig. Ja, meine Güte. Ja? Oh. Was? Nur weil er zwei Innos getötet hat. Nein, ich hab keine zwei Innos getötet. Ich hab Atta getötet, weil er den anderen getötet hat. Aber Atta ist Inno. Oh! Da hinten, da hinten, da hinten. Sponti ist es. Nein! Dann ist es auch Platic. Oder nicht? Hat der Sponti nicht... Ich schau auf. Die sind... Ich weiß nicht. Platic ist, glaub ich, tot. Der ist halt... Es liegen auf jeden Fall ziemlich viele Tote auf der Straße. Ja, Platic ist, glaub ich, tot. Platic ist, glaub ich, tot, aber... Ich glaub... Platic ist auch Innocent. Platic ist... Platic. 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 Da. Platic. 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 Lapaik Lapaik Oh nein, ich bin wieder auf dieser Leiter Oh, das geht doch nicht Wieso kommt man denn hier nicht? Oh, okay, schon gut Warum? Na, liegt der Pleik hier Lai ATA Was? ATA Boah, Nienchen hat alle gekillt Außer den einen, den Atta geholt hat Was? Nienchen macht zwei Leute hintereinander Ich war mir nicht sicher, dass die Piel Das Haus wie in Briebungslag Ich hab gerufen, ne? Ruby schießt sie an Ruby ruft auch nochmal Ich hab auch gerufen Vor allem, ich schieße einmal Und schieße dann nicht weiter, ich Trottel Nein Anstatt, dass ich weiter schieße Ich hör einfach auf Sponty Ich hab da ne, äh, wollte ne Bodyboom legen Da musst du einfach drauf loslegen Ey, wenn ich jemand sowas schmeißt Da war keine Bodyboom Ich habe nur so eine Kuh geredet Nein, ich hab sie aus der Talentecke geschmeckt Ich bin auch Kuh gekommen Ich wollte sie so wegschmeißen Und hab dann auch eine Kuh drückt Ja, ich wusste, ich weiß gar nicht Wie eine Bodyboom aussieht, wenn du sie nicht platziert Wie eine Bombe Genau Wie C4 Oh, Flyke, hau ab Hau ab Flyke Ich bin Dete, ich hab vorhanden Ich möchte alle hier durch Halt, ich möchte Flyke traue ich nicht Ja? Man, no Sag nochmal hier Immer, hier sind Detebillkühle Das geht ja gerne Na gut Flyke, nein Lass auf jeden Fall genug Schuss Ich geh im anderen Weg Nicht so viel auf einmal Irgendwie, nein Ich nehm dir jetzt die Sicht Lapo und Ledikier Ich traue Flyke nicht Ich hab dir die Sicht Halt den Flyke im Auge Nein, schade Es gibt tatsächlich einen anderen Weg Okay Nein Hi Sponti Da geht's gar nicht rein Wie, wie, mit der Sniper? Nein, Tür zu Er zieht auf uns Willst du mal die Hunde schauen? Hinter dir ist, glaube ich, einer gestorben Sponti Hier ist Strom Und hier liegt einer im Wasser Lücke ist auch hier Oh Ja Irgendwie, also die Traitor fallen aus dem Wasser Hey Wow Es ist Lapo Da müsstest du doch noch durch können Was bin ich? Äh, Bledik ist hier drin, tot Äh Nein, lass das Lapo Wappien Wo kommst du jetzt her, Flyke? Ja Warum hast du mich da reingeschossen? Ich hätte jetzt Sponti beim Sterben zugesehen Und dich dann gekillt Hi Denk ich dir Ich dachte unverbündet, du hast Nidchen Hier Nicht mein Leben Lapo, du hast Nidchen, sie sind uns verfolgt Das war verdächtig Oha Ach, Flyke hatte mich, äh, Lapo hatte mich gekillt Oh, ist das schön Ich hätte jetzt, wenn ich wiederbelebt worden wäre Hätte ich dich gekillt Oh, das macht so richtig Weil du direkt neben mir standst Ja, aber so heiße Typen sind Ja Wow Ruby, was ist denn passiert? Warum nackst du da tot? Wow Bullshit Wenigstens Dich, weil du direkt neben mir standst Neben meiner Leiche Direkt Nach meinem Tod Ich bin da gerade reingesprungen Aber die Traitor-Falle, die wird auch auf der anderen Seite aktiviert, wa? Also die wird aktiviert Ja, aber Ich bin abgeknallt worden Dreh die Kamera Und du standst da als Erster Nein, ich will die Jungs Schlicht Töte mich nicht, Lapo Nein Aus Lapo, Lapo Darf ich vielleicht töten? Nein Ja, und mit der Jutsch macht er dich auch platt Ja, One-Shot Es weiß keiner, wo ich bin Ich bin ein ganz verborgener Ohr Jutsch ist wie eine Wen habe ich denn als Ah, toll, das Mantschkin Oh, der Arme Den Kommentar sollte ich dir eigentlich in den Schrotzen packen Hallo, die sind beide Däte, lass das Flyg Ich bin ein verblättigter Ich glaube, du wolltest durch Ja, ja, ich bin's Ich bin's Du kannst mich wegmachen Ich glaube, ich bin's Ich so gerne Verdammt, ey, ich glaube, ich habe eine Granate gehört Komm vorbei, hier vorbei Wenn ich tot bin, ist es auf Like Oder Oder Stevie Oder, oder, oder Jeder hier könnte es sein Außer die Dätis Ich bleib jetzt verblättigter Das Oh, wer hängt da oben in der Wand Ihr bleibt mal gar nicht bei mir Verzieht euch Von Tee Ist, er hat irgendein Der, wie kommt man oben rein? Was macht ihr da? Wir haben ein super safe Kletter über mich drüber Was macht ihr? Was macht ihr da? Ich finde, hier will ich hier nicht raus Hilfe mal einer Ich will auch da rein Nein, da will ich hier nicht hin Nein, man kommt hier nicht mehr zurück Nein, man kommt hier nicht mehr zurück Ich bin schon nicht weg Ruby, bist du das gehört? Ich bin schon wieder runtergefallen irgendwo Wie immer eigentlich Die dachten, sie ist so nur, nur fallen Ist schöner Die Runde ist supergeil Ich sehe niemanden Oh mein Gott Ich sehe ab jetzt alle Ah Der ist auf mich gerichtet worden Nicht bewegen Der ist aber in diesem Raum Oh Gott Er ist aber in diesem Raum Niche Ach, hallo Erstmal ein Aferinchen Das ist ein Kamin Komm schon Trau mich nicht hier raus Ich weiß nicht mehr, woher ich komme Ruby Ruby ist raus Der ist nicht raus Oh, wenn du Trader bist Ja, okay Ähm Was hab ich hier denn hier? Wo kommt man denn hier lang? Nee, hier kommt man nicht Den Ventilator Wo seid ihr denn, dass ihr die ganze Zeit Ja, weiß ich Kannst ihr kaputt schießen, wenn du genau drauf ziehst? Mein Lappen ist tot Endlich Durch den Friendship Beam Nee Wer schießt denn hier? Ich will schießen unten auf den Ventilator und wer nicht rauskommt Ah ja Mietchen Äh, wieso verfolgst du? Und Atta verfolgt nicht? Das finde ich nicht Nein, ich bin auf dem Weg Atta Oh, vielleicht kuschelt mit Mietchen Ach, ihr kommt auch nicht hier raus Nee, ich kuschle hier die ganze Zeit mit Sponti Ja Okay Und Munchkin kuschelt mit Sponti und Bleddick Was ist da denn los? Nee, nee, nee Es kuschelt keiner mit keinem Was ist Lappen? Lappen Lappen Was machst du mit der Leiche? So wie? Hm Ich spiele Warum bist du hurt? Ich bin runtergefallen Wo bist du denn hier runtergefallen? Hier ist nichts zum runterfallen So Lappen Genau Hat einer eine Granate geschmissen? Wow Hey Was? Ich habe gesagt, ich werfe darüber eine Insta Ja, lasst es doch einfach im laufenden Rundenbereich Lass die doch einfach im Inventar Es sei denn, ihr wollt killen und dann seid ihr Tees Und du hättest du? Und du hättest du? Oder Indos die einem mit der Granate killt Ja, gut Nur weil ich das mal unbekommen hast, wenn ihr mal geschafft habt, Atta oder was? Ich habe Angst Oh das ist schon nur Ach du bist du Sein unten Du musst nicht Du musst unten bleiben Du musst unten bleiben Du musst unten bleiben Geh weg Ich versuch eigentlich vorbei zu kommen Irgendjemand drin bleibt Wo ist Bonty? Da oben ist der DT gestorben Munchkin ist hier gestorben Ich bin aber hier drinnen Und ich habe keinen abgeknallt Ich hau lieber ab vor Flyke Was hast du für eine Wache? Ich habe wirklich Angst vor Flyke Was hast du für eine Wache? Ich habe wirklich Angst vor Flyke Was hast du für eine Wache? Hier ist einer wiederbelebt worden Der ist so gestorben ohne Wache Ja, aber wenn jemand Auah Was? Hier hat geschossen Komm mal hier schneller Da gehe ich nicht lang Das kann ich nicht Flyke ist Flyke? Okay Wie kommt man hier wieder raus? Wo bist denn du? Friss die Granate Ich weiß nicht wo ich bin Ich bin so verwirrt gerade Oh Nein Nicht hier Okay Du willst stöning Ach scheiße Du hast von Ja, richtig Och nein Komm blittig Wenn das wird man Wanschkin so was kauft man erst wenn man es Äh Ach Stop Wenn ich hier schon mal Ah fuck Wenn ich hier schon mal bin könnte ich auch Und manche ins Defi nehmen Atta wiederbeleben und ihn gleich wieder umholzen Ich habe Angst um meine Bedenken Ich möchte meine Bedenken hier an dieser Stelle zum Ausdruck geben Ist denn jemand ausgerufen worden? Schon irgendwie? Ich glaube es sind Flyke und Atta Weil Flyke wollte den Atta jetzt ja wieder belieben Okay Und dann alles wegrotzen Okay Und wo ist Flyke und Atta? Aber wahrscheinlich wird Flyke mich nur ablenken und es sind Nähnchen und Flyke Verstehe alles klar Oh nein Und der Sway Aber gut Oh Mann ey Grausam Hallo Shira Es war weg Es war schon eine hause Runde muss man sagen So Smarty da bist du wieder dran ne Ja dann bedanken wir uns natürlich für's zu sehen Wenn ihr natürlich auch mal die andere Gesicht der anderen sehen wollt Dann geht bitte auf das Video Lest euch vielleicht auch die Beschreibung durch Und wir sehen uns in der nächsten Folge von TTT Und bis dahin Ciao 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 Ciao